Ratlos stand Ordam mit der Pensionsabrechnung der Alten in der Hand da. Merkwürdigerweise schien die Frau keine Angst vor ihm zu haben. Sie bestimmte das Gesprächsthema, egal wie pampig und lässig er auch zu sein versuchte. Er faltete das Papier zusammen und reichte es ihr. Ich scheiß auf ihre Sachen. Klar ist das bescheuert, einfach irgendwo einzusteigen, und es war dumm von mir, aber ich musste dringend ins Warme und brauchte etwas zu essen. Er hielt die Ravioli-Dose hoch. Entschuldigen Sie, dass ich Ihnen Lebensmittel stehlen wollte. Ich muss jetzt gehen. Sie brauchen keine Angst vor mir zu haben. Ich bin kein Einbrecher und ich tue auch alten Damen nichts. Ich hatte nichts Böses vor. Also werde ich jetzt meine Tasche holen und dann abhauen. Wie lange warst du hier? Seit gestern Abend. Ich schwöre, dass ich nichts geklaut habe. Nur die da. Er legte die Dose auf die kleine Bank neben dem Herd. Sie rollte über den Rand und fiel scheppernd zu Boden. Unbeholfen bückte er sich und hob sie auf. Wie bist du denn hereingekommen? Sie klang nicht einmal sonderlich wütend. Vielleicht hatte sie bereits bemerkt, dass er ihren Blicken auswich, seine Hände vor Nervosität zitterten und seine Zunge am Gaumen kleben blieb, weil sein Mund so trocken war. Statt ihre Frage zu beantworten, machte er eine Kopfbewegung in Richtung Diele. Sie bat ihn, ihr die Stelle zu zeigen. Orda musste überlegen, um den Weg zurückzufinden. Das war's mit dem Weg nach Hause.